Hallo meine Lieben, der Andi von Thöricht hier. Heute geht es wieder um eure Kommentare und ich sage erst mal vielen Dank an euch, die Community, dass ihr mich da so unterstützt und fleißig kommentiert und liked. Das gibt mir sehr viel, aber Geldverdiener so mit dem Kanal ist jetzt ja heute sind Grenzen mit den Werbeinnahmen und so, seien wir uns ganz ehrlich, aber dafür kriege ich ja immer wieder Kunden durch den Kanal, was auch gleichzeitig wieder heißt, dass die Videos ein bisschen warten müssen, weil ich habe natürlich Kunden, die Aufnahmen und Alben abgemischt haben möchten und das hat dann für mich Priorität. Trotzdem gibt es aber bald neue Videos, zum Beispiel ganz wichtig, wie ihr dann das jetzige Cakewalk bei BandLab das kostenlos, also kostenlos behalten könnt. Also hier Abo, damit ihr das nicht verpasst und noch ein paar andere Videos, aber zu denen kommen wir gleich dazu. Jetzt mal erst Kommentare. Hi, kurze Frage, welche Cakewalk Sona Version entspricht der kostenlosen Cakewalk Version? Artist, Professional oder Platinum? Danke, Hans Martin. Ja, da, lieber Hans Martin, haben wir furchtbar was verwechselt. Ich dachte, du meinst die alten Version, also die ist noch vor Cakewalk bei BandLab Sona und du meinst das nach Cakewalk bei BandLab Sona, bis es dann kommt. Da weiß ich leider nicht, welche Version es gibt. Da hat auch BandLab bis jetzt noch nichts hören lassen, ob es da verschiedene Versionen gibt und nach wie vor wüsst man und wie viel das kosten wird. Das bleibt abzuwarten. Ich dachte ja, du meinst diese alten Sona Preise und da gab es ja eben des Artists Professional und Platinum. Und wie du drauf gekommen bist, ja ganz einfach, es gibt noch die alte Legacy-Seite von Cakewalk. Die gaga.cakewalk.com ist die erreichbar und da findest du noch tatsächlich noch die alten Preise und auch so einen alten Online-Shop. Also hier aufpassen, wenn hier oben gaga.cakewalk.com steht, dann seid ihr auf der alten Seite und die Infos sind nicht aktuell. Und was euch allen aufgefallen ist, vor allem Dieter Sommer und CMS Brander, dass bei der aktuellsten Cakewalk bei BandLab Version der TTS 1 Nummer dabei ist. TTS 1 für alle, die es noch nicht wissen oder nicht wussten, das ist ein VST-Plugin, welches so den, ich glaube sogar eine Roland GS-Standard noch macht. Also da habt ihr eine Vielzahl an MIDI-Instrumenten, die halt qualitativ so klingen wie vor dem Keyboard. Aber das tut dem ganzen Spaß ja nichts ab. Und das war sonst immer dabei und das ist jetzt nicht mehr dabei. Zumindest wenn es neu installiert. Ich habe es geguckt, bei mir ist es noch dabei. Ich muss aber auch sagen, ich habe ja auch schon eine Lizenz, die geht ein bisschen zurück bis Sona 8.5. Na, sogar weiter zurück. Also da bin ich schon am Anfang dabei und da werden sie wahrscheinlich auch mir das jetzt nicht wegnehmen, weil ich habe ja damals dafür bezahlt. Da es kommt natürlich jetzt auch ein Video, weil viele von euch vermissen den TTS 1 und es gibt da Alternativen und für diese Alternative, da mache ich auch gerade ein Video, kommt dann auch hier in nächster Zeit auf diesem Kanal. Hallo Andi, ich warte schon sehnsüchtig auf die erste Kommentierung eines Projekts aus der Community. Liebe Grüße vom Michel. Lieber Michel, vielen Dank für deinen Kommentar. Wir haben ja schon hier eine Folge raus. Die erste ist schon raus und auch hier, ich möchte es immer so ein bisschen vorbereiten. Erst mal ist vorgestellt so, ach, wir hören da einfach eine und dann blup und dann redet ihr einfach so, wie man der Schnurbe gewachsen ist. Aber das funktioniert dann irgendwann nicht, weil ich dann schmarrn rein komme und das wollen wir alle nicht. Und ihr wollt ja auch dann hier eine, wie sage ich denn, eine professionelle Expertise für euren Song haben, den ihr eingeschickt habt und deswegen tue ich mir das dann immer so ein bisschen vorbereiten. Aber zumindest das erste reinhören, das tue ich dann scheinbar mitfilmen, weil ihr sollt ja auch eine, wie sagt man denn, eine echte Reaktion erleben. Und apropos Community-Projekte, wir haben, da wir ja schon das erste raus haben von Appenrad, muss ich auch sagen, es hat echt Spaß gemacht da rein zu hören und auch schön, dass jeder von euch dann in der Community dann nochmal so in den Kommentaren so ein paar Tipps hat, wie man das besser oder anders machen können, was es zu verbessern gibt und auch, was mir auch sehr gut gefällt, dass wir hier alle so, jetzt nicht nur Happy Vibes haben, sondern konstruktive Kritik geben, weil meine Befürchtung war, dass dann irgendwelche Trolle dann herkommen und deren diese Songs und Liedermacher und man muss natürlich sagen, die meisten von uns Sandhöchkoll-Profis, wir machen Musik, weil es uns Spaß macht. Und jetzt hier bei dem Song von dir, lieber, 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 lieber Appenrad, ich habe es ja auch so ein bisschen kommentiert und natürlich auch im Video gesagt, was man verbessern könnte. Allen voran würde ich dir immer noch empfehlen, wenn du die Vogelaufnahmen machst, schau immer, immer, dass du die Aufnahmen so clean wie möglich machst. Also keine Effekte, kein Equalizer, kein Kompressor, nichts davor in der Kette. Nimm die so clean auf, wie es geht und mach die Bearbeitung nachträglich. Da hast du den Vorteil, du kannst immer wieder zurückgehen, falls du was falsch gemacht hast und du kannst immer wieder zurückgehen, wenn du was falsch gemacht hast. Ja, vor allem, wenn du was richtig gemacht hast, was ja auch ganz wichtig ist, dann kannst du nachvollziehen, was du richtig gemacht hast. Machst du jetzt irgendwelche Aufnahmen, die mit einem Wettensignal oder nassen Signal, wo du alle Plugins bzw. deine Kompressoren und Färbereien schon drin hast und danach klingt es geil, wo hast du noch am Jahr bestimmt, wie du das erreicht hast. Also hier, nehmt es immer clean auf und macht die Effekte virtuell. Es ist 2024, wir haben KI, die sowas mittlerweile wesentlich besser kann als wir. Wenn ihr dazu ein Video wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich habe immer Probleme wegen dem Bild. Das kann immer so Fragen wie, ja, welche Probleme mit deinem Battle, mit einem anderen Battle? Wenn man sich bei DistroKid anmeldet, ist da ein Bio-Kästchen, das man ausfüllen kann. Meine Frage wäre, wird der Text, der hier eingetragen wird, mit den jeweiligen Veröffentlichungen auf den verschiedenen Plattformen mitveröffentlicht? Quasi als Band-Info. Lieber BuilderNaut, danke für deine Frage. Nein, das ist nicht der Fall. Dieses Profil, das du ausfüllen kannst, ist es dann nur unter den DistroKid-Usern untereinander, dass man sich austauschen kann. Du kannst gegenseitig ja die eigenen Songs bewerten. Da gibt es viele Möglichkeiten, aber die Sachen, die du hier ausfüllst, die sind nur für die DistroKid-Community. Möchtest du für einen Song oder einen Release weitere Infos angeben, wie zum Beispiel, wie hat es abgemischt? Wie hießen die Sänger oder der Gitarrist etc.? Dann kannst du das hier beim Song machen, wenn du auf den jeweiligen Song draufklickst, dann gibt es hier in diesem Menü, kannst du das dann nachträglich hinzufügen. Also meine Lieben, bald geht es weiter mit neuen Videos. Ich sage nochmal vielen lieben Dank für das Zusehen, wünsche euch eine wunderschöne Zeit und bis dahin Bussi aufs Bauchi-Berli und Servus.